Ich drehe den Schlüssel um und nichts passiert. Was meinst du? Ist das die Rache, weil ich beim Hub-Konzert dabei war? Alleine Sünden strafft der liebe Gott sofort. Oh, er spricht. Und er ist auch noch witzig. Hi, Amanda. Hi. Versuch's nochmal. Okay. Danke. Deine Batterie hatte keinen Kontakt. Nichts Weltbewegendes. Aha. Okay. Sonst noch was, dass du mir sagen willst? Mein Cousin meint, du wolltest neulich mit mir reden. Das stimmt. Er sagt, ich hab's versaut. Allerdings. Du hast keine Ahnung, wie man flirtet. Irgendwie nicht. Und was willst du dagegen machen? Okay. So wird das nichts. Na gut, ich sag dir was. Du denkst drüber nach. Und wir treffen uns am Samstag bei Squeals. So gegen sechs. Wenn's geht. Mach das denn ja? Ja. Okay. Vielleicht findest du bis dahin raus, wie du mit mir flirtest. Du hast das frohe Tage für dich im Anzug. Glaube es nicht. Nichts kann dir Frieden bringen. Nichts kann dir Frieden bringen, außer dir selbst. Zieh's raus. Ich zieh schon wie verrückt. Zieh's raus. Mach ich doch was. Das ist so ein... Nichts, Mann. Nein, nicht. Nichts, Herr. Ah, komm her. Das ist gut. Oh, just a little longer. Oh, no. Jemand hat mal gesagt, unser Schicksal hängt nicht von den Sternen ab, sondern von unserem Handeln. Aber ich glaube, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Du hast keine Ahnung, wie man flirtet, stimmt's? Schätze, ich hab's neulich versaut. Allerdings. Und was wirst du dagegen machen? Ich würde das gern wiederholen. Dann tu's. Du bist ein netter Kerl, Dawson. Ich würde dir gern helfen. Wenn du mich lässt. Ich sah mich von Amanda fernhalten, richtig? Du hast dir also ein Mädchen geschnappt, das sich unter ihrem Niveau verglüht. Hat sie dir gesagt, du bist was Besonderes? Du bist eine Null. Du bist eine Null! Böses passiert, wenn man sich mit bösen Menschen abgibt. Er hat versucht, mich zu beschützen. Wenn du mich nie mehr sehen würdest, was würdest du sagen? Bitte tu das nicht. Dawson. Dawson! Es ist ein Wunder, dass sie noch am Leben sind. Sollen wir irgendjemanden anrufen? Amanda? Dawson. Ist ein bisschen her, was? 20 Jahre. 21. Aber wer zählt die schon? Das ist gefährlich. Wieso? Du hast es irgendwie geschafft, noch attraktiver zu werden. Hättest du nicht einen Bierbauch oder eine Glatze kriegen können? Der verlorene Sohn kehrt zurück, Sian. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, hat sich eine Menge verändert. Was ist eigentlich passiert? Das Leben. Was willst du hier? Du bist mein Vater und hast mich wie ein Tier behandelt. Das ist ein kleines Stück Scheiße, Dawson. Komm mir bloß nicht in die Quere. Dawson. Du hast vielleicht Nerven, wieder hier aufzukreuzen. Wie konntest du denken, du wüsstest, was das Beste für mich ist? Denn du warst doch das Beste für mich. Du bist mein Vater und ich. Kasbah,amentos. Immer h震s nicht in die Quere. Bis ein Herz.